Ein Thema, fünf Texte In diesem Video wollen wir uns etwas genauer damit befassen, welche spezifischen sprachlichen Unterschiede uns textlinguistische Analysen von Texten sichtbar machen können, die das gleiche Thema behandeln. Wir haben bereits gelernt, dass die sprachlichen Merkmale eines Textes von vielen verschiedenen Faktoren abhängen. Das wahrscheinlich wichtigste Kriterium ist dabei die dem Text zugrunde liegende Funktion. Je nachdem, welchen Zweck ein Schreiber mit seinem Text verfolgt, die sprachliche Realisierung ergibt sich in der Regel aus eben diesem Zweck. Man spricht hierbei vom Zusammenhang zwischen Form und Funktion. Um dies in der Praxis zu überprüfen, wollen wir fünf verschiedene Texte miteinander vergleichen, die alle das Brandenburger Tor thematisieren. Es handelt sich dabei um Texte aus einem Reiseführer, aus einem Wissensbuch über Architektur, aus einer Denkmaldatenbank der Stadt Berlin, aus dem Duden sowie aus der Enzyklopädie Brockhaus. Das Augenmerk liegt dabei auf den Nomen mit seinen verschiedenen Determinanten, den nominalen Referenzen und dem Verbgebrauch. Theoretische Grundlage der Analyse ist Harald Weinrichs Textgrammatik der deutschen Sprache. Da wir in diesem Video mehrere Texte gleichzeitig analysieren, werden sie nun nacheinander eingeblendet. Zur Lektüre der einzelnen Texte können Sie das Video an den entsprechenden Stellen stoppen. Die Textanalysen der Synthese-Videos haben uns bereits veranschaulicht, dass wir dank unseres konventionalisierten Wissens über Funktion und Form eines Textes bereits vor der Lektüre gewisse Erwartungen an den Text haben. So kann man etwa vermuten, dass der Enzyklopädie-Beitrag komplexe Nominal- und Präpositionalgruppen aufweist und auf den Gebrauch von Artikeln verzichtet, um möglichst viele wichtige Informationen auf kleinem Raum unterbringen zu können. Beim Reiseführertext kann man eher von weniger komplexen Konstruktionen ausgehen, damit die Rezeption erleichtert wird. Vergleichen wir zunächst die Komplexität der verwendeten Nominalgruppen in den einzelnen Texten. In den Texten aus dem Reiseführer und der Denkmal-Datenbank überwiegen komplexe Strukturen. Im Reiseführer werden zu postdeterminierenden Attribuierungen hauptsächlich Präpositional- und Genitivadjunkte verwendet, wie etwa Adler und Eisernes Kreuz, die als Sinnbild des preußisch-deutschen Militarismus nicht in die Hand der Viktoria zurückgelangten. Den beiden nominalen Kern im Relativsatz, Sinnbild und Hand, folgt jeweils ein Genitivadjunkt. Bei das von Karl Friedrich Schinkel entworfene eiserne Kreuz wird das prädeterminierende Adjektiv Entworfene mit einem Präpositionaladjunkt determiniert. Hier handelt es sich nach Weinrich um eine Sekundärdetimination, da sich von Karl Friedrich Schinkel nicht unmittelbar auf den Kern der Nominalgruppe bezieht, sondern auf Entworfene. Auch im Text der Denkmal-Datenbank lassen sich viele postdeterminierende Attribute in Form von Relativadjunkten finden. Vergleiche? Eine Architekturform, die am Beginn des bürgerlichen Zeitalters zum wichtigsten Impuls für die Berliner Architektur wurde. Oder Je sechs Säulen, die das Gebälk mit einem Metopen-Triglyphen-Fries tragen. Darüber hinaus zeichnet sich dieser Text durch komplexe Prädeterminationen aus. Eine entscheidende Rolle spielen dabei determinierte Adjektive bzw. Partizipien. Vergleiche? Die von zwei Flügelbauten eingefasste monumentale Toranlage mit dorischer Ordnung. Die ursprünglich als Wache und Steuerhaus genutzten seitlichen Bauten. Im deutlich kürzeren Dudeneintrag zum Brandenburger Tor zeigt sich, dass komplexe Nominalgruppen eingesetzt werden, um Informationen besonders verdichtet darzustellen. Dies lässt sich besonders an zwei Nominalgruppen zeigen. Brandenburger Tor von Karl Gotthard Langhans 1788 bis 1791 im frühklassizistischen Stil erbautes Torgebäude in Berlin. Hier bindet der nominale Kern eine postdeterminierende Apposition an sich. Das Nomen Torgebäude der Apposition wird selber weiter determiniert und zur Nominalgruppe ausgebildet. Die zweite Nominalgruppe lautet das unmittelbar an der Grenzlinie zwischen Ost- und West-Berlin im Sperrbezirk an der Berliner Mauer gelegene Tor. Dieser Beleg erhält seine Komplexität durch die sekundär Determination des Partizips Gelegene, die insgesamt vier Präpositionalgruppen beinhaltet. Diese sind an der Grenzlinie mit der zugehörigen Determination zwischen Ost- und West-Berlin, im Sperrbezirk sowie an der Berliner Mauer. Die Korpustexte aus dem Architekturwissensbuch und dem Brockhaus weisen verhältnismäßig einfache Strukturen der Nominalgruppen auf. Im Wissensbuchtext werden die Nomen überwiegend von einem einzelnen postdeterminierenden Attribut determiniert. Es lassen sich viele Belege finden wie der Wiederaufbau eines Stadttores, ein architektonisches Wagnis, den klassizistischen Stil oder die Wiedergewinnung des Friedens. Der Eintrag zum Brandenburger Tor im Brockhaus setzt sich aus mehreren unvollständigen Sätzen zusammen. Drei der insgesamt fünf Nominalgruppen sind durch postdeterminierende Genitiv- und Präpositionaladjunkte komplex ausgebildet, jedoch wird kein Nomen von mehr als zwei dieser Attribute determiniert. Eingangstor zur Straße unter den Linden in Berlin, bekanntes Symbol der Teilung Deutschlands. Die verschiedenen Formen der Rekurrenz haben wir bereits kennengelernt. Dabei haben wir auch gelernt, dass sich das Textthema bzw. die Textthemen anhand dieser verschiedenen Rekurrenzformen ablesen lassen. In unseren fünf Texten können wir nun sehen, dass es Unterschiede bei der Art und Weise der Wiederaufnahme zentraler Referenten gibt. Beim Reiseführer kehrt der Eigenname Brandenburger Tor im Vergleich zu den anderen verwendeten Nomen am häufigsten wieder, und zwar dreimal in wörtlicher Wiederholung. Ein weiteres Mal tritt es in der variierten Form das berühmte Tor auf. Außerdem wird es einmal durch der frühklassizistische Sandsteinbau textuell fortgeführt. Mit dem Eigennamen Berlin wird ein weiterer Referent eingeführt. Diesen bringt der Rezipient mit seinem Weltwissen automatisch mit dem zentralen Bezugsausdruck Brandenburger Tor semantisch in Verbindung. Es tritt insgesamt fünfmal in den verschiedensten Varianten auf. Im Wissensbuchtext wird bei der Wiederaufnahme eingeführter Referenzen ähnlich vorgegangen. Brandenburger Tor wird viermal wörtlich wiederholt, wobei es in zwei Fällen variiert wird mit Tor. Des Weiteren kehren die Eigennamen Berlin und Friedrich der Große neben weiteren Rekurrenzen jeweils einmal als wörtliche Wiederholung wieder. Beim Datenbanktext zeigt sich neben den bereits genannten Formen der Rekurrenz eine zweimalige Wiederholung des Nomens statt. Im Duden und im Brockhaus sind die Wiederaufnahmeformen schon durch die Kürze der Texte begrenzt. Der Dudentext weist mit Brandenburger Tor eine direkte und mit dem Kopf Tor dieser komplexen Nominalgruppe eine variierte Wiederholung auf. Der Eintrag in der Brockhaus-Enzyklopädie beinhaltet hingegen gar keine Wiederaufnahmen. Dies liegt an den elliptischen Satzkonstruktionen, die sich direkt auf die Überschrift des Eintrags beziehen. Aufgrund des Textsortenwissens über Lexikon-Einträge kann der Rezipient die aufgezählten Charakteristika der Überschrift Brandenburger Tor zuordnen. Die syntaktische Realisierung dieser Verbindung entfällt dabei ebenso wie die Wiederaufnahmen des Referenten, die vor allem in ausformulierten Fließtexten konstitutiv sind. Das Verb ist nicht nur aus syntaktischer Perspektive das zentrale sprachliche Element des Satzes, sondern es ist auch entscheidend an der gesamten Textkonstitution beteiligt. Das Verb gibt dem Hörer nach Weinrich Instruktionen darüber, welche Einstellung er zum Gesagten und Gemeinden einnehmen soll. Darüber hinaus trägt das Verb durch seine Flexion die Informationen zur zeitlichen Einordnung des Textinhalts. Unseren fünf Texten ist gemeinsam, dass die Verben durchgängig im Indikativ stehen. Dadurch wird eine feste Geltung des Gesagten ausgedrückt, was besonders in narrativen Textsorten die Regel ist. Im Reiseführertext steht die Mehrzahl der indikativischen Verben im Präteritum. Die Form der Verben hängt hier eng mit dem Textinhalt zusammen. Wir haben es mit einem informationshaltigen Text zu tun, der Hintergrundinformationen über die Entstehung und die historische Entwicklung des Brandenburger Tors liefert. Folglich wird mit dem Präteritum ein Vergangenheitstempus gewählt, mit dem die Gültigkeit des Gesagten im Sinne von faktischen Aussagen über Geschehenes besonders hervorgehoben werden kann. Vergleiche? 1933 zogen nach Hitlers Ernennung zum Reichskanzler SA-Horden mit Fackeln zwischen den Säulen hindurch. Von August 1961 verlief unmittelbar westlich vom Brandenburger Tor die Berliner Mauer. Östlich dehnten sich Todesstreifen und Hinterlandmauer der DDR-Grenzbefestigung aus. Der Wissensbuchtext folgt der gleichen Methode. Hier findet sich im ersten Satz eine Perfektform, die indirekt Bezug auf die Gegenwart nimmt. Es folgt ein historischer Abriss zur Entstehung des Tores, wobei durchgängig das Präteritum verwendet wird. Beim Text der Denkmaldatenbank wird dieses Muster etwas aufgebrochen. Zwar thematisiert der Text der Stadtverwaltung auch historische Fakten zum Brandenburger Tor, der Fokus liegt aber auch auf der Beschreibung der äußeren Beschaffenheit des Tores. Folglich werden ereignisbezogene narrative Textteile durch beschreibende Passagen unterbrochen. Hier zeigt sich exemplarisch, dass sich mit der Erzählform und dem Inhalt des Textes auch die Form des Verbs ändert. Weinrich unterscheidet in diesem Zusammenhang die zwei Temposregister Besprechen und Erzählen. Zu den Tempora der besprochenen Welt gehören das Präsenz, das Perfekt und das Futur. Die Tempora der erzählenden Welt sind das Präteritum und das Plusquamperfekt. Zeitangaben, etwa in Form von Präpositionalgruppen, dienen dem Rezipienten zusätzlich dazu, die Informationen in die zeitlichen Zusammenhänge einzuordnen. Von 1788 bis 1791 entstand der frühklassizistische Sandsteinbau als bedeutendstes Werk von Baumeister Karl Gottheit Langhans nach dem Vorbild der Propyläen auf der Athener Akropolis. Obenauf wird es von der Quadriga gekrönt. Der Verbgebrauch im Dudeneintrag sowie im Brockhausartikel unterscheidet sich deutlich von dem der anderen drei Texte. Wie wir bereits festgestellt haben, wird hier Wert auf Kürze und inhaltliche Verdichtung der Informationen gelegt. Im Dudeneintrag wird dies einerseits durch die komplexen Nominalgruppen realisiert. Andererseits finden wir komplexe Appositionen, die sich auf den zentralen Referenzgegenstand Brandenburger Tor beziehen, ohne dass ein grammatisch vollständiger Satz gebildet werden muss. Weinrich nennt diese Konstruktion Adjektiv-Appositionen, da sie in attributive Adjektive innerhalb von Nominalgruppen umgeformt werden können. Vergleiche? Gekrönt von einer von Gottfried Scharduf 1789 bis 1794 geschaffenen bronzenen Quadriga gekrönte Brandenburger Tor. Oder Als Wach- und Zolltor 1788 bis 1791 erbaut kann umgeformt werden in Das als Wachtor und Zolltor 1788 bis 1791 erbaute Brandenburger Tor. Wenn statt einer solchen Konstruktion mit Partizip lediglich eine Nominalgruppe steht, so muss der Rezipient den Verweis auf den zentralen Referenten Brandenburger Tor ohne Verweishinweise herstellen. Hier hilft ihm wieder sein Textsortenwissen über Texte in Nachschlagewerken, die konventionell steckbrief- und stichwortartig verfasst sind. Die Unterschiede auf den verschiedenen Untersuchungsebenen werden in dieser Übersicht noch einmal vereinfacht zusammengefasst. Wie man sieht, zeichnet sich jeder Text durch individuelle sprachliche Eigenheiten aus, auch wenn es in dieser kleinen Analyse viele Gemeinsamkeiten gibt. Der Reiseführertext und der Wissensbuchtext weisen sowohl inhaltlich als auch sprachlich viele Gemeinsamkeiten auf. Duden- und Brockhaus-Eintrag lassen sich alleine schon aufgrund ihrer Kürze, aber auch vor allem wegen ihres auffälligen Verbgebrauchs einer gemeinsamen Gruppe zuordnen. Die ausschnitthafte Analyse verdeutlicht, dass ein Textthema in verschiedenen Textsorten ganz unterschiedliche inhaltliche und sprachliche Merkmale aufweisen. Die Form leitet sich dabei immer von der Funktion des jeweils vorliegenden Textes ab. Untertitelung des ZDF für funk, 2017